Willkommen zu diesem Video. Wir sprechen jetzt weiter über Logik erster Stufe und zwar sprechen wir über das Thema Normalformen. Normalformen kennen wir bereits aus der Aussagenlogik. Normalformen für eine Formel ist einfach eine besonders schöne Form, eine besonders einfache Form. Und wir schauen uns in diesem Video zwei Normalformen an für Formeln Logik erster Stufe, nämlich einmal die Negationsnormalform. Das ist da, wo man Negationen so weit wie möglich nach innen zieht oder nach unten, könnte man auch sagen. Und die Pränex-Normalform, das ist eine Form, wo man die Quantoren möglichst weit nach außen zieht. Hier mal ein Beispiel für die Negationsnormalform. Die kennen wir schon aus der Aussagenlogik. Das war die Form, wo Negationen nur noch vor den atomaren Formeln stehen dürfen. Atomare Formeln in der Aussagenlogik waren einfach Aussagenvariablen, aber in der Logik erster Stufe, da sind unsere atomaren Formeln jetzt von dieser Form oder von dieser Form. Entweder so ein Relationsatom oder so ein Gleichheitsatom. Also jedes Negationssymbol, was wir hier in der Formel sehen, das steht direkt vor so einer solchen atomaren Formeln. Also man könnte sagen, im Syntaxbaum stehen die ganz unten oder ganz innen. Und dann lernen wir noch eine weitere Normalform kennen, die Pränex-Normalform. Hier mal ein Beispiel für die Pränex-Normalform. Das ist, die Quantoren ganz nach außen zu ziehen. Da kann man sich vielleicht denken, was das bedeuten sollte. Die Formel beginnt mit ganz vielen Quantoren und irgendwann kommt eine Formel, die hat keine Quantoren mehr. Also erst nur Quantoren und dann gar keine Quantoren mehr. Wir wollen uns in diesem Video überlegen, dass man jede beliebige Formel in Logik erster Stufe umformen kann in die Negations-Normalform und auch in die Pränex-Normalform. Also zu jeder Formel findet man eine äquivalente Formel in Negations-Normalform. Man findet auch eine äquivalente Formel in Pränex-Normalform. Und das geht sogar beides gleichzeitig. Wir werden zeigen, dass wir jede Formel umformen können in eine, die sowohl in Pränex- als auch Negations-Normalform ist, so wie die hier unten. Erst kommen nur Quantoren und dann gar keine Quantoren mehr. Und jede Negation steht direkt vor einer atomaren Formel. Und warum machen wir das eigentlich? Also warum bringen wir Formeln überhaupt in Normalform? Ein Grund ist, dass die Formel dadurch eine einfachere Struktur bekommt und man kann einfacher verstehen, was die Formel aussagt. Also diese Formel hier sieht irgendwie deutlich unübersichtlicher aus als die hier unten. Und zweitens werden wir dann demnächst wieder Dinge beweisen. Und bei solchen Beweisen ist es immer hilfreich, wenn die Formeln schon eine etwas eingeschränktere Struktur haben. Okay, wir beginnen mal mit der Negations-Normalform. Wir überlegen uns jetzt, dass wir jede beliebige Formel umformen können in Negations-Normalformen, wo die Negationen nur noch ganz unten stehen im Syntax-Baum, also direkt vor den Atomen. Hier habe ich mal eine Formel hingeschrieben und hier sehen wir den Syntax-Baum von dieser Formel. Und genauso wie wir das bei der Aussagenlogik gemacht haben, unser Ziel ist jetzt einfach nur die Negation immer Schritt für Schritt ein Stückchen weiter nach unten zu ziehen. Und alles, was uns auf dem Weg begegnen kann, zum Beispiel wenn wir dieses Nicht hier nach unten ziehen wollen, für alles, was hier auf dem Weg vorkommen kann, haben wir eine Regel. Zum Beispiel hier steht nicht für alle Y oder hier nicht für alle Y. Dafür haben wir beim letzten Mal eine Regel kennengelernt. Nicht für alle ist das gleiche wie es existiert nicht. Wir dürfen also das Nicht dahinter ziehen, hinter den Quantor und den Quantor verändern. Wir ziehen also dieses Nicht hinter den Quantor und das wird ein Existenz-Quantor. Und was passiert dabei im Syntax-Baum? Na ja, eigentlich die beiden hier werden vertauscht und aus dem All-Quantor wird ein Existenz-Quantor. Jetzt haben wir die Formel einmal umgeformt. Ja, diese Formel hier ist äquivalent zu der vorigen Formel. Und wir haben aber immer noch nicht Negations-Normalformen hergestellt. Machen wir also weiter. Jetzt haben wir hier ein Nicht vor einem Oder stehen. Na ja, und da hilft uns die gute alte Regel von dem Morgen. Ja, Nicht, Oder. Dann dürfen wir das Nicht reinziehen und aus dem Oder ein Und machen. Also ziehen wir hier das Nicht rein. Wir schreiben das Nicht statt vor die Klammer, schreiben wir es in die Klammer vor jedes Disjunkt dieser Disjunktion. Aber die Disjunktion wird jetzt keine Disjunktion mehr, sondern wird zu einer Konjunktion. Und nochmal den gleichen Schritt im Syntax-Baum nachvollzogen. Aus dem Oder wird ein Und und das wandert einen Schritt nach oben und kriegt dann zwei Nachfolger. Die kriegen beide Nicht und gehen weiter zu den Teilformeln hier. So, dann sieht das Ganze hier so aus. Ja, jetzt haben wir hier den nächsten Fall. Wir haben hier ein Nicht, das auf ein Nicht trifft, eine Doppelnegation. Ja, die löst sich einfach in Luft auf. Also diese beiden Negationen hier verschwinden einfach. Und dann haben wir hier noch abschließend wieder eine Negation vor einem Quantor. Naja, die Regel kennen wir schon. Nicht wandert nach unten, Quantor wandert nach oben und Quantor ändert seine Polarisierung. Also dann sieht das hier so aus und hier als Formel nochmal hingeschrieben. Die Formel sieht jetzt so aus und diese Formel, die ist jetzt in Negationsnormalform, denn die einzige Negation, die vorkommt, steht direkt vor einer atomaren Formel. So, war das jetzt ein Beweis dafür, dass wir jede Formel umformen können in Negationsnormalform? Beweis war es sicherlich nicht, aber es war ein Beispiel, in dem eigentlich alle Fälle vorgekommen sind, die vorkommen können. Ja, also solange irgendeine Negation nicht vor einer atomaren Formel stand, sei es vor einem Quantor, sei es vor einem Un, vor einem Oder, für jeden dieser Fälle haben wir eine Regel, die das nicht weiter Richtung unten schiebt. Ja, zum Vergleich nochmal, das hier war unsere Syntax für die Logik erster Stufe und hier unten standen die verschiedenen Arten von Formeln, die wir bauen dürfen. Ja, und vor jeder einzelnen Formel von denen hier, können wir uns jetzt vorstellen, dass da ein Nicht davor steht. Aber für jeden einzelnen Fall haben wir eine Regel. Ja, wenn Nicht vor einer Konjunktion steht, dem Morgen. Ja, ziehen wir das Nicht rein, die Konjunktion wird zur Dysfunktion. Ja, Nicht vor einer Dysfunktion haben wir auch dem Morgen. Nicht vor einem Nicht explodiert, einfach löst sich in Luft auf, Doppelnegation. Äh, Implikation und Bi-Implikation brauchen wir eigentlich gar nicht, die können wir ausdrücken durch Konjunktion und Dysfunktion, sind also auch dadurch erledigt und unsere neuen Regeln nicht vor einem Quantor, ja, damit decken wir das hier beides ab, ja, da ziehen wir das Nicht hinter den Quantor. In allen Fällen wandern die Negationen also weiter runter in der Formel, naja, und so eine Formel ist nur endlich groß, also nach endlich vielen Schritten ist man immer fertig, ja. Nach endlich vielen Schritten sind die Negationen ganz unten angekommen. Ja, und dann kommen wir jetzt noch zur Pränex-Normalform, ja, von dieser Formel hier, machen wir ruhig mit diesem Beispiel direkt weiter, ist es nicht mehr weit zur Pränex-Normalform, ja, noch ist diese Formel hier nicht in Pränex-Normalform, denn noch haben wir hier einen Teil mit Quantoren, dann haben wir eine Konjunktion, aber dann unten nochmal ein Quantor, ja, das ist nicht Pränex-Normalform. Für Pränex-Normalform müsste hier so ein, erstmal so ein Pfad nur aus Quantoren sein und dann ein Teil, der gar nicht mehr aus Quantoren besteht, wo kein Quantor mehr drin ist. Aber auch dafür haben wir beim letzten Mal Regeln kennengelernt, Regeln, die uns erlauben, Quantoren weiter nach oben zu ziehen, nämlich die Distributivitätsregeln. Das waren diese Regeln hier, also wenn wir irgendeine Konjunktion oder Disjunktion haben von zwei Formeln und die eine Formel davon, die beginnt mit einem Quantor, ja, ganz egal ob Konjunktion oder Disjunktion, ganz egal welcher von beiden Quantoren, wir können den Quantor auch vor die Formel ziehen, also vor die Konjunktion oder Disjunktion, vorausgesetzt die Variable, die hier quantifiziert wird, kommt in der anderen Formel nicht vor. Aber das ist eine Sache, die können wir auch immer ganz leicht herstellen. Wir dürfen ja quantifizierte Variablen umbenennen, wie wir wollen. Also selbst wenn jetzt die Variable x in phi vorkommen würde, ja, dann könnten wir das x einfach umbenennen, das x ist ja sozusagen eine lokale Variable hier, benennen wir das x einfach um in irgendeine, in irgendeine, weiß nicht, z oder so, ja, sodass z nicht hier vorkommt und dann dürfen wir es nach vorne ziehen. Also machen wir ruhig noch direkt weiter mit diesem Beispiel und bringen die Formel jetzt noch in Pränex-Normalformen und das Einzige, was eben stört, ist dieser Existenz-Quantor, der hier noch unterhalb einer Konjunktion steht. Naja, wir gucken, die Variable, die heißt z, ja, also in diesem Subbaum hier wird das z quantifiziert. Gucken wir mal in dem anderen Subbaum. Ah, okay, da kommt das z überhaupt nicht vor. Alles klar, dann dürfen wir sofort die schwache Distributivitätsregel anwenden und den Existenz-Quantor vor die Konjunktion ziehen. Ja, dann sieht das Ganze hier so aus. Wir haben den Existenz-Quantor nach oben gezogen oder in der Formel würde man sagen, hier, wir haben ihn nach vorne gezogen und ja, schon ist die Formel in Pränex-Normalform. Wir haben jetzt hier vorne eine Reihe von Quantoren und danach gar keinen Quantor mehr oder im Syntax-Baum ist es so ein Pfad von Quantoren und dann ein Subbaum, in dem gar kein Quantor mehr vorkommt. Und achtet auch drauf, wir haben diese Pränex-Normalform gerade zusätzlich zur Negations-Normalform erzeugt. Ja, wir hatten schon Negations-Normalform. Wir haben zusätzlich die schwache Distributivität genutzt, um Quantoren weiter nach oben zu ziehen, haben dabei die Negations-Normalform nicht zerstört und zusätzlich Pränex-Normalform hergestellt. So, und jetzt demonstrieren wir noch mal einen kleinen Vorteil dieser Normalform. Man kann jetzt von dieser Formel sehr leicht verstehen, was sie eigentlich aussagt, aber was von der ursprünglichen Formel, die ja äquivalent dazu ist, ich würde sagen, nicht so einfach abzulesen war. Es existiert ein x, sodass nicht für alle y, nicht r von xy oder für alle z r von xz gilt. Wer versteht bitte, was das hier aussagt? Aber diese Formel ist äquivalent zu dieser Formel hier und die sagt einfach nur, es existieren drei Objekte x, y, z, sodass wir eine r-Kante von x nach y haben und wir haben keine r-Kante von x nach z. Also bildlich würde es so aussehen, wir haben irgendwo Objekt x, das hat eine r-Kante zu einem Objekt y und es hat auch zu irgendeinem Objekt z keine r-Kante. Okay, fassen wir abschließend noch mal zusammen. Jede Formel in Logik erster Stufe kann äquivalent umgeformt werden in eine Formel in Negations-Normalform, kann auch äquivalent umgeformt werden in eine Formel in Pränex-Normalform und kann sogar äquivalent umgeformt werden in eine Formel, die beides hat, also Negations-Normalform und Pränex-Normalform, so wie diese hier. Und das Ganze kann sogar effizient durchgeführt werden mit einem ganz einfachen Algorithmus. Also es ist nicht nur der Fall, dass es irgendeine Formel gibt, die dazu äquivalent ist, nein, wir können sie sogar ganz einfach berechnen, indem wir die besagten Regeln anwenden. Die muss man nicht besonders oft anwenden, nur höchstens so oft, wie die Formel groß ist. Das heißt, es gibt einen effizienten Algorithmus, der uns besonders schnell eine solche äquivalente Formel liefert in Negations- und Pränex-Normalform. diese Formel zu veröffentlichen, die Formel-Normalformel, weil die Formel-Normalformel, die Formel-Normalformel, die Formel-Normalformel und Klopfeierin und Klopfeierin Vielen Dank.